Nichts sein Teil 1 Lieber Sri Krishna, Ich betrachte ein kleines Kind und sehe vergnügt in ein lachendes Gesichtchen. Und nun gehe ich durch das Geschaute hindurch zu dir selbst hin. Hebe meinen Blick. Dort ist der Vater, von dem alle Vaterschaft der verborgenen und ewigen Schönheit stammt und der das Ziel dieses kleinen Kindes und auch das Meine ist. So hebt mich alles hin zu dir. Und genau dies ist der tiefste Sinn aller Geschöpfe, dass das Geschöpf den Schöpfer sogar auch in dieser Schöpfung erkennt. Dieses hindurchschauen möchte ich einüben. Es ist wunderbar, dem Vater Pitam Asya Jagato Du bist der Vater aller Existenz Bhagavad Gita 9.17 Wie ein Kind alles sagen zu können Auch die Fehler, an denen ich leide Du hörst alles Nimmst alles an Und verwandelst alles Nur muss ich es dir überlassen Wozu und wohin Wenn ich wieder auf dein Herz schaue Deine Absicht in mir zu verstehen versuche Deinen Plan annehme Erst dann vertraue ich wirklich Ich möchte in einem ganz einfachen Vertrauen leben In der Hingabe an das Was du in mir zu tun für gut befindest Was du zu tun gedenkst Geht mich gar nichts an Es ist durchaus deine Sache Lieber Krishna Du willst doch nicht etwas von mir Du willst nur mich Was ist dir meine Gabe Wenn ich selber nicht diese Gabe bin Was sind mir deine Gaben wert Wenn ich dich nicht habe Immer Wenn ich nach deinen Gaben greife Statt an allem vorbei Einzig und allein Dich selbst zu wollen Geht meine Sehnsucht ins Leere Manchmal denke ich sogar Dieses Gefühl der Leere Mit noch mehr Dingen der Welt Wieder aufzufüllen Was sie aber noch brennender macht So ist es nun einmal mit der Liebe Sie will alles Darum nimmst du mir jetzt all meine Kräfte Du machst mich zu Nichte Und wirst aus mir das formen Was dir beliebt Dieser Nullpunkt scheint auch Im spirituellen Leben Nicht zu umgehen zu sein Ich möchte dir Nun nur nichts in den Weg legen Das Ja aus meinem Herzen Macht der mich verwandelnden Und leidenschaftlichen Liebe Den Weg frei Wenn ich mir klar werde Dass ja du verherrlicht werden sollst Und nicht ich Dass dein eigener Plan In Bezug auf mich Verwirklicht werden soll Dann wird es mir Selbstverständlich leicht Mich dir zu geben Ganz befreit zu überlassen Und dich auch angstlos Tun zu lassen An mir Diese reine Liebe zu dir Wächst auf dem Fundament der Demut Und aus der Einsicht In die eigene Unzulänglichkeit Dahin erziehst du mich immer wieder Dann erkenne ich Dass beides nebeneinander ist Mein Elend Mein Versagen Meinen inneren Geisteszustand Die tatsächliche Und zuinnerst Auch erfahrene Schwäche Und die ebenso wirkliche Innige Liebe Die erkannte Schwäche Sichert den Bestand der Liebe Weil diese Sich nun nicht mehr Auf das Ich Sondern immer nur Auf dieses höchste Du Stützen wird Dem sie nun Wieder zugewandt ist Durch das Gebet Wird immer tiefer klar Wie sehr man ein Nichts ist Aber ein Geliebtes Nichts Ich möchte lernen Die Anstrengung In meinem Leben Wieder an die richtige Stelle zu verlegen Nämlich ins Gebet Und in den Dienst Zu dir Statt ins Übermäßige Sorgen Und Bemühen In weltlichen Belangen Du in mir Ich in dir Dich Statt meiner Es bleibt Es bleibt Nur so viel Von meiner alten Persönlichkeit übrig Als genügt Um die Hingabe Zu verwirklichen Um das Von dir besuchte Herz Dir Hinzuhalten Man kann sich Noch zu klein Und trocken Verdorrt Und arm Vorkommen Dieser Akt Des Hinhaltens Und Gebens Kann man Immer noch Vollziehen Dann kommst du Als Sri Krishna Der Herr Von Vraj Wieder in meine Mitte hinein Für dich Ist meine Verfassung Und meine Hilflosigkeit Ja nichts Neues Nur Für mich Nur aufgrund Der Einsicht Ins eigene Nichts Kannst du Mich beschenken Sonst wird Das Geschenkte Zur Gefahr Und mag Zum eigenen Unheil Zum Stolz Führen Das innere Arm werden Gehört ganz Wesentlich Zum Gebetsweg Ich darf also Immer froh sein Wenn ich Auf diese Oder jene Weise Die Armut Des Geistes In mir entdecke Denn Selig Sind die Die nicht Sehen Und doch Glauben In mich Vertrauen Ich spüre Es ganz Genau Du willst Mich genau An diesen Punkt bringen Es ist die Bedingungslosigkeit Außer Krishna Kenne ich Keinen Anderen Herrn Und er Wird es Immer bleiben Auch wenn Seine Umarmung Manchmal Rau ist Oder er Mir das Herz bricht Der er Nicht Vor mir Gegenwärtig Ist Ihm Steht es Gänzlich Frei Zu tun Was Ihm Beliebt Doch Immer Wird er Mein Angebeteter Herr Bleiben Geschehe Was Da Will Schick Schastaka 8 Durch die Lehre Des Innersten Wird Das Sterben In mich Hinein Gewirkt Damit Das Ganz Andere Leben Beginnen Kann Bei Völligen Und Ruhigem Sich Überlassen In Jenes Dunkel Hinein Kommt Große Stille Und Gemütsruhe Ich Möchte Es Mir Nicht Anfechten Dass Ich Nichts Sehe Und Auch Nichts Weiß Es Hat Auch Keinen Zweck Immer Herausbringen Zu Einstimmen Zuweilen Darf Ich Es In Aller Deutlichkeit Sehen Dass Ich Die Gleiche Erfahrung Mache Wie Sie Dann Aber Ist Alles Wieder Wie Verwischt Es Gehört Einfach Zur Dunkelheit Dass Ich Wirklich Nichts Sehe Zuweilen Ist Mir Als Ob Alles Entgleitet Und Zwar So Dass Wirklich Gar Nichts Mehr Da Ist Auch Dann Bete Ich Einfach Du Mögest Diesen Erschreckenden Leeren Raum Mit Dir Selbst Besetzen Auf Diese Weise Wird Mir Der Gedanke An Den Tod Und Auch An Alles Leid Lieb Und Vertraut Da Ich Diese Dinge Nun Einfach Als Tore Wahrnehme Hinter Denen Dein Geliebtes Anlitz Wartet Gerade Als Nichts Bin Ich Erst Wirklich Rein Und Vollkommen Anzubeten Imstande Wusstest Du Eigentlich Als Du Mich In Meine Armut Erwähltest Was Du Von Mir Zu Erwarten Hast Nämlich Nichts Aber Du Wolltest Wahrscheinlich Gerade An Dieser Stelle Deine Gnade Hinein Legen Und Hier An Einem Solchen Dunklen Ort Deine Eigene Schönheit Aufstrahlen Lassen Meinen Schmerz Um Das Nicht Weiterkommen Ist Bereits Selber Ein Weiterkommen Ist Direktes Zugehen Auf Dich Shiamasundara Der Du Solchen Schmerz Gerne Aus Meinen Händen Annimmst Weil Du Darin Meine Liebe Zu Dir Erkennst Das Leid Um Die Zu Geringe Liebe Ist Eine Sehr Wertvolle Liebe Und Es Ist Bereits Ein Heiliges Geschenk Von Dir Dieses Leiden Erfahren Zu Dürfen Es Gibt Zeiten In denen Ich Nicht Gedröstet Werden Soll Ich Muss Diese Pein Des Nichts Der eigenen Trockenheit Des Nicht Verstehen Könnens Des Umsonst So lange Durchhalten Bis Neues Sehen Geboren Wird Ausharren Und Verbleiben Jetzt Unwahrscheinlicher Ist Es Dass Du Dich Mir Schenkst Mein Geliebter Herr Jemand Der Ständig Darauf Wartet Dass Ihm Deine Grundlose Gnade Zuteil Wird Und Der Fortfährt Die Reaktionen Auf Seine Vergangenen Missetaten zu erdulden Zu erdulden Indem Er Dir Aus Dem Innersten Seines Herzens Achtungsvolle Erbietungen Darbringt Wird Dich Zweifellos Erreichen Schrimad Bhagavatam 10.14.8 Lieber Krishna Wenn Du In Meinem Nichts Geehrt Sein Willst Dann Will Ich Es Um Keinen Preis Anders Andere Sollen Dich Mit Worten Grüßen Der Poet Dich Lobreisen Mir Teilst Zu Dass Ich Dich In Diesem Schweigenden Nichts In Dieser Müdigkeit Und Seelischen Trockenheit Ehre Und So Will Ich Nur Dies Solange Du Es Willst Nichts Sein Teil 2 Lieber Gopal Ich Erkenne Dass Es Auf Dem Weg Zu Dir Im Krishna Bewusstsein Nicht Um Den Ungestörten Genuss Schöner Gefühle Geht Sondern An Allen Gefühlen Vorstellungen Und Eigenen Anstrengungen Vorbei Nur Um Dich Ich Möchte Nun Wieder Platz Für Dich Schaffen Dass Du In Meinem Dasein Inkarnieren Kannst Dass Der Unendliche In Meinen Begrenzten Rahmen Erscheinen Mag Anfangs Meiner Spirituellen Praxis Empfand Ich Große Befriedigung Und Wenn Ich Mich Anstrengte Konnte Ich Einen Überfluss Warmer Warmer Gefühle Und Verwirklichungen In Mir Hervor Rufen Doch Dann Klärst Du Die Seele Auf Dass Sie In Der Anspannung Ihrer Kräfte Letztlich Wieder Nur Sich Selber Und Ihrem Eigenen Unruhigen Ängstlichen Suchen Und Kleinlichen Wünschen Begegnen Wird Eine Echte Begegnung Mit Dir Lässt Sich Nicht Fabrizieren Gottes Verwirklichung Ist Nicht Produzierbar Du Sagst Es Oft Du Kannst Nicht Mit Diesen Stumpfen Sinnen Gehört Gesehen Oder Verstanden Werden Ich Kann Zwar Deinen Namen Schänden Doch Der Wirkliche Name Kann Gar Nicht Mit Einer Weltlichen Zunge Erzeugt Werden Natürlich Ist Eine Ganz Feine Spiegelung Deiner Selbst Bereits In Den Silben Deiner Namen Enthalten Sodass In ihrer Gemeinschaft Eine Ahnung Von Deinem Wirklichen Wesen Erweckt Werden Kann Die Einstellung Dass Ich Sadhana Ausführe Sozusagen Das Selbermachen Der Spirituellen Praxis Muss Aufgegeben Werden Wenn Ich Tiefer Gehen Will Gerade Wenn Man Ernsthaft Fortschritt Machen Möchte Muss Man Zunächst Gründlich Scheitern Einsehen Dass Die Bisherige Praxis Von Von Mir Selber Erzeugt War Mit Bestimmten Ritualen Versuchte Ich Die Transzendenz Zu Zwingen In Meinen Leben Zu Erscheinen Aber Gerade Im Bereich Echter Liebe Hat Mechanik Nichts Zu Suchen Und Auf Diese Weise Langsam Und Mühevoll Lernen Alles Eigene Können Und Machen Los Zulassen Viel Schwieriger Als Alle Selbst Kasteiung Und Das Käse Fällt Eine Seele Das Aufgeben Des Selbsterwählten Weges Oft Glaube Ich Mich Ganz In Deine Hände Gegeben Zu Haben Und Muss Doch Immer Wieder Erkennen Dass Ich In Subtiler Weise Immer Noch Auf Mein Eigenes Machen Und Meine eigenen Pläne Baute Und Selber Etwas Erreichen Wollte Theoretisch Habe Ich Eigenes Können Und Machen Vielleicht Schon Länger Relativiert Und Lebe Im Bewusstsein Meiner Menschlichen Gebrechlichkeit Und Unzulänglichkeit Aber In der Praxis Ist Das Wegfallen Alles Eigenen Dennoch Wie Ein Schock Bei Dem Der Atem Stockt Die Natürliche Neigung Mich Auf Mich Selbst Stützen Und Auf Das Was Ich Erreicht Habe Meldet Sich Immer Wieder Zu Wort Dann Bin Ich In Gefahr Mich Wieder Nur Auf Mich Selber Zu Beziehen Und Mich Ans Ich Zu Klammern Statt Für Krishnas Liebevolle Nähe Offen Zu Sein In einem Langwierigen Prozess Körperlicher Und Psychischer Folter Lernt Man Ganz Allmählich Zuzulassen Wie Die Eiserne Mauer Von Der Anderen Seite Aus Niedergerissen Wird Der Prozess Der Nichtung Meiner Falschen Identität Ist Wie Eine Umkehr Des Schöpfungsvorganges Eine Ent Werdung Genau Das Ist Es Was Mahabrabhu Mit A Manina Meins Und Dann Kommt Erst Kirtaniya Sadahari Dann Möchte Nam Prabhu In Den Von Mir Gesprochenen Silben Erscheinen Schließlich Findet Man Wirklich Überhaupt Nichts Mehr In Sich Selbst Auf Das Man Noch Pochen Könnte Um Krishnas Gnade Oder Seine Liebe Zu Verdienen Keine Heldenhafte Leistung Keine Liebenswerten Eigenschaften Keinen Selbsterrungenen Erfolg Man ist von Selbstischen Wünschen Und Plänen Entmischt Man hängt Nur noch An Shiamasundar Und wird Auf passive Weise In sein Reich Hineingesaugt Solange Ich Vor dir Jemand Sein Möchte Dir Etwas Anbieten Oder Fortweisen Habe Kann Ich Nicht Wesentlich Das Heißt Mit Wahrem Wesen Bei Dir Sein Ich Erlebe Mich Selber Als Unendlich Weit Von Dir Entfernt Und Es Erscheint Mir Unmöglich Den Abstand Zwischen Dir Und Mir Zwischen Gott Und Geschöpf Jemals Zu Überbrücken Ich Erkenne Ich erkenne Dass der Weg Zu Krishna Ein Weg Der Selbst Auflösung Das heißt Der Entthronung Meines Majestätischen Ichs Ist Schritt für Schritt Lerne ich Nein zu Sagen Zu jeder Versuchung Selbst Der Mittelpunkt Meines Lebens Zu sein Und Alle Fäden In den Händen Zu halten Erst In dem Moment Wo ich Krishna Erlaube Mich Entblößt Von All Meinem Etwas In Meinem Nichts Zu Lieben Bemerke Ich Auch Wirklich Eine Erwiderung Krishnas Liebe Braucht Sich Nicht Zu Verdienen Krishna Kam Mir Immer Schon Zuvor Und Gönnt Mir Seine Liebe Ohne Gegenleistung Liebe Ist per Definition Gratis Und Bedingungslos Ahaituki Also auch Von Krishnas Seite aus Sia Shrimad Bhagavatam 1.2.6 Ich kann nichts anderes tun Als in meinem Nichts A Manina Zu bleiben Und Krishna Alles Machen zu lassen Was man aus eigener Bemühung Nicht machen konnte Nämlich Vollkommen werden In Prema Göttlicher Liebe Bekommt man nun Auf passive Weise Indem man sich In purer Empfänglichkeit Und Unvermischter Selbstgabe Der Berührung Radha Krishnas Aussetzt Offen und frei Beginnt man nun Aus sich selbst herauszutreten Lieber Gopal Um deiner Gnade Deinem Wunsch Mich zu beschenken Wirklich Raum zu lassen Muss vor allem Mein Anspruch Zu den Besseren Den Heldenhaften Den Auserwählten Den Heiligen Uns besonderen Zu gehören Total Aufgelöst werden Gerade der größte Spirituelle Fortschritt Kann sich Als Größte Verführung Erweisen Wen Wundert es Dass Eine so Kleine Und Zunichte Gewordene Seele In allen Umständen Und Gegebenheiten So ruhig Und erfüllt Bleiben Kann Ein Nichts Stört sich An Nichts Ein Nichts Kann man Nicht kränken Und man kann Ihm Nichts Antun Auch Kein Unrecht Ein Nichts Kann Nichts Begehren Fordern Oder Erwarten Und somit Auch Nicht Klagen Ein Nichts Will Und besitzt Nichts Es braucht Sich nicht mehr Um sich selbst Zu sorgen Ein Nichts Ist wirklich Unempfindlich Gegenüber Allen Dingen Dieser Welt Welch Großes Gut Besitzt So jemand Bhakti Die zärtliche Umarmung Der inneren Energie Ladini Shakti Kann nie Erzwungen Oder Programmiert Werden Sondern kann Nur Als freiwillige Gabe Als Geschenk Von der anderen Seite Auf die Seele Zukommen Geschenk Wenn Leid Was Is Was Is Is What Is Vielen Dank.